Kann ich als Vergleich irgendeine Karte bekommen? Warum? Nein. Wo sind wir anfangen? Ja, mach von rechts nach links. Also mein Gesamt-Rating kenne ich und mein Pace. Ja, Gesamt-Rating machen wir als letztes. Fangen wir hier bei Freezes an. Ja, ja. Was würdest du dir bei Freezes geben? Guter Ausdauer, ich bin Maschine. Deswegen... Was hat denn 60? 60, nur? Ist okay, oder? Ja, guck mal, Verteidiger und so, die haben so 70. Ja, aber deine ist doch egal, was die anderen haben. Ja, ich nehme 60. Boah, dann ist das doch nichts. Du weißt das einfach nicht, was denkst du denn? Ja, ich frag dich ja, was von dir hältst. Ich sag 60 und was sagst du? Ich hätte dir so 75 gegeben. Okay. Bro. Ey, du hast doch gut geraten. Ja, von dir, aber das ist ja nicht so gut eigentlich. 55. Du bist ja Maschine. Das ist okay. Egal so. Ja. Ja, egal. Ähm. Defense? Ja. 35 oder so, ich weiß nicht. Ja, aber... Es gibt auf jeden Fall das Beste, oder? Ja, gucken wir mal. 30. Das ist top, ja? Das Beste. Dribbling. Dribbling. Also, ich wär... Ich wär schon froh, wenn über 70 wär, muss ich sagen. Also... Ja. Also über 70 sagst du? Ja, 70. Also... Ja, 70. Ja, da hätt ich auch so 74, 75 gegeben. Ja, aber sonst hab ich Goldkarte für die Leute, die du mir gibst. Ja, normal, ja. Ich halt nur auf 4. Aber 17, 70. Ja, damit kann man arbeiten. Ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ja, passt. Ja. Ja, passt natürlich mal Stress bei mir. Ja, deswegen... 45. Okay, Decker. Über 3. Nein, nein. Spaß, was? Wie? Ja, so... Ja, so 60. Was denn? Ja, guck. Boah, 60, Javi. Ja. Der Schuss auch gut. So, auch so... 75? Ja, 70, so. Ja, ich hab dir 80, 80 gegeben. Ja. Gucken. Ja, okay, lass gut das. Der übertreibt. Du hast dir Restverteidiger gemacht. Ja. Nein, ich hab... Hä? Ich hab doch... Schuss meine ich auf den. Ich hätte dir 80 gegeben. Und die machen 63. Ist der Restverteidiger eigentlich. Ja, und Pimper hab ich 87. Also, das weißt du schon? Ja. Also, glaub ich. Ja. Und was würdest du dir eigentlich geben? Ja, ich sag ehrlich, wo? Über 90 wäre gerechtfertigt. Ja, okay. Aber ich hätte auch... Ich hätte genau 90 jetzt gegeben. Ja. Und ich glaub... Und ich glaub... Und ich glaub... 69. Ja, ich glaub 69. Okay. Ah. Aber ich muss sagen, ich war, ich bin zufrieden außer mit Schuss, aber sonst... so geht für Aufmerksamkeit klar. Ja, viel ist auch. Viel ist auch Merd, ja. Aber das juckt mich nicht, der Gell. Warum? Boah, in FIFA... Ich brauch... Also, ich brauch nur Pace und Schießen, der Gell. Ja, das ist mega. Aber sie sind dribbling eigentlich. Ja. Ja, dann übergebe ich dir deine Karte. Dankeschön. Ähm... Tja, also... Das haben wir auch. Und wir beginnen ja auch mit Physis. Also, nur als Vergleich... Ach, scheiße. Warte mal. Ich hatte... 58. Also, wenn du weniger hast, dann... Bro. Hat dir letztens im Training gesehen bei Will, hä? Das riechst du. Ja, was glaubst du? Also, was mir geht... Ich kenn die Karte ja nicht. Was mir gehen würde bei Physis allgemein... Ja. Ist... 84, Bro. Ja. Ist so. Aber bestimmt, weil die... War also... Du hast ja immer noch eine Silberkarte. Ich bin sicher. Weil... Ich glaub, dass du so... 72 hast. Was? Weniger Physis als Basho? Ja, Basho. Basho, ja. 75, ja. Das geht ja nicht eigentlich. Ja, aber... Ja, okay. Ja, aber ich sag... 84? Also, bestimmt ist da... Bestimmt ist da... 74. Ich würd gönnen, aber... Ich sag 74. Ja, 74. Ja, gut. Was sagst du? Ist es gerechtfertigt oder nicht? Nein, Bro. Ich muss 10 mehr, Alter. Bei Physis, weißt du? Mhm. Aber egal. Nochmal, ähm... Die Fans? Äh... 82. 82? Glaubst du... Die sind auch jetzt... Also, ich hätte mir 82 gegeben. Ja. Aber Rufer gibt mir bestimmt auch. 3,70. Was sagst du? Ja, doch dann... Ne, ich sag 75, Bro. Ja. 75. Was? Bro. Äh? Äh? Ja, geil, geil. Ja, geil, geil. Weißt du, was du für Rating noch hast? Nein, nein. Ich hab gar nicht. Ja, Dumbling? Ja, Dumbling ist Quatsch. Ja, bei mir ist es unnützig. Bestimmt. Wie viel? 40? Ja, ich würd 35 geben, ey. Ja, aber... Wenn das noch... Ja, stimmt. Ich sag 40. Wow! Ja. Okay. Korrekt. Wie viel hast du? Stimmt. Ich hab... 71. Weiß nicht, ob du so nah bei mir drauf bist. Ähm... Pass. Achso, 68. Nein, Pass. Ja, 68 krieg ich auch mit. Bist du zufrieden? Na, ist okay. Also... Bin selber, weißt du? Was soll ich denn? Denkst du, da steht 68? Ja, ich denk, da steht 68. Was denkst du, hast du eigentlich? Hä? Wo? Bei Pass oder wo? Was du für dich selber als Wert geben würdest. Äh... So... 74. 75. Boah, ist vielleicht... Ja, wo? Bruder, du hast schlechteren Pass als ich, oder? Nein. Aber weißt du, wie viel weniger? Wie viel? 15 weniger, Bruder. Das ist... Heiß. Du hast schon besseren Pass als ich. Also... Nächstes Jahr dann. Pff. Jungs. Äh... Schuss. Da brauchen wir ja nicht zu reden. Wenn hier schon sowas... Also für mich... Ich sag ehrlich, Schuss müsste dein schlechtester Wert sein. Weil dein Schuss ist bodenlos. So schnell? Ja. Du siehst nicht, wenn ich diese lange... Ich schwör? Ja. Ja. Also ich... Wenn hier 45 ist, muss hier... Max 40. Ich sag 35. Ja, aber das ist auch gerecht. Ja, hast du viel, Bro. Das mach ich ja. Dann soll ich mich doch gar nicht dahin. Dann soll ich einfach keine Karte, Bro. Auch kein Bild und so. Das bringt doch alles gar nix. Ich schwör. Magikarten müssen die aber weg lassen. Äh... Tempo? Ja. Ja, hab ich den Führung. Du bist doch eigentlich schon schnell. Ja, eigentlich... Normalerweise bin ich 73. So viel, oder? Ich bin 74 gemütlich. Ja, sie sind ja unkorrekt. Weil sie sind ja unkorrekt. Ja, das ist ein bisschen 65. 55. Boah, übertreib mich, Bro. Tolita, Mann. Ich glaub, Tolita, wie viele haben auch 55? Bro. Äh... 65 stehen. Hoffentlich. Ja. Ja, okay. Das ist okay. Ja, das ist mein... Ja, und jetzt noch Gesamtrating. Letztes Jahr war ich 69. Aber da hatte ich 75 Tempo oder so. Und sowas, alles war besser. Stimmt. Ich hab immer gewonnen. Ich hab so gehumpelt auf einen Ball. Ja, aber ich hab... Letztes Halbjahr nicht so viel gespielt. Aber dann bin ich bestimmt 67 oder 68. Ja, ich glaub auch irgendwie 67, 68. Ja. 68. Und dann... Hier, die Karte. Dankeschön. Sagst du 1 bis 10? Hahaha. Sagst du 1 bis 10? Wie? Wie die Karte? Das war 1 bis 10. Nein, ist doch... Ist ne 2, Bro. Ist nicht gut, aber egal. Muss weitermachen. Muss nicht. Ja. Ja. Das war's mit unserer... Reaction auf unsere Karten und von den anderen. Und... Naja... Abonniert den Kanal. Das war's mit unserer Karte. Für dir keine paar quatschen. VersCTOR caffeine nig여še. Was war's mit dem Karte? �� TENRAME lamps haben sich doch schnell fucked McM Rachlan zu ans. Was war? Du bist ver正常. Das war's mitver roof an dem Clar п 280. Los